Am 26. April 1986 ereignete sich einer der größten und ersten Unfälle in einem Atomkraftwerk. Durch einen menschlichen Fehler kam es am sagten Tag zu einer Explosion im Reaktor 4 in Chernobyl. Dieser Unfall wurde abgetan als einen menschlichen Fehler, doch nur knapp 25 Jahre später kommt es am 11. März 2011 auch in Fukushima zu einem Unfall in einem Atomkraftwerk, welcher riesige Flächen verstrahlte. Die einst als sicher angepriesene Umgewinnungstechnik hatte einen gewaltigen Gegenschlag erlitten. Und doch laufen noch in vielen Ländern der Welt Atomkraftwerke unter teilweise maroden Arbeitsbedingungen. In diesem Video möchte ich darauf aufmerksam machen. Deshalb für euch heute 5 Fakten zur Atomkraft. Um die Gefahr, die von Atomkraftwerken und Atomendlagern ausgeht, zu verstehen, sollte man erst einmal wissen, was in einem Atomkraftwerk eigentlich so geschieht. Doch dafür müssen wir einen kurzen Exkurs in die Physik machen. Der Strom aus einem Atomkraftwerk wird durch das Erhitzen von Wasser und die dadurch angetriebene Energiemaschine gewonnen. Aber wie wird das Wasser erhitzt? Das hängt mit der Spaltung von Atomen in die kleinsten Teilen, die es gibt und dessen radioaktiven Verfall zusammen. Denn wenn man Atome spaltet, entsteht Hitze und sehr viel Energie. Diese erhitzt wiederum das Wasser, welches zu Wasserdampf wird und eine riesige Turbine antreibt, die wiederum Strom erzeugt. Also alles ganz easy. Aber Moment, was ist dann das Problem? Die radioaktive Strahlung, die beim Zerfall der Atome entsteht. Denn diese ist gefährlich für alle Lebewesen. Sie wird allerdings im Normalfall vollständig von mehreren dicken Betonwänden im Atomkraftwerk gehalten. Das sagen zumindest Atomkraftbefürworter. Das ist allerdings nicht mehr der Fall, wenn es zu Kernschmelze kommt. Denn in diesem Fall wird die Hitze zu groß und das Gehäuse, in dem die Atomspaltung stattfinden sollte, schmilzt. Das wiederum kann zu einer Explosion führen. So oder so, wenn dies geschieht, werden und damit sind wir bei Fakt Nummer 5 mindestens 90 Kilometer verstrahlt. Das bedeutet für dort lebende Lebewesen Fehlbildungen bei ihrem Nachwuchs und einem höheren Krebsrisiko. Jodtabletten können dieses Risiko bei einem Unfall fürs Erste mindern. Fakt Nummer 4. Der Abbau radioaktiver Strahlung kann bis zu 80 Millionen Jahre dauern. Das ist auch ein Grund, weshalb es so schwierig ist, ein Atommüllendlager zu finden. Eins jedoch ist gewiss, sollte die Spezies Mensch noch so lange auf der Erde verweilen dürfen, dann haben unsere Nachkommen in ferner Zukunft auf jeden Fall auch noch was von uns. Fakt Nummer 3. Alle drei Tage kommt es zu einem sicherheitsrelevanten Unfall in deutschen Atomkraftwerken. Seit 1975 sind alle Betreiber von Atomkraftwerken verpflichtet, Zwischenfälle in ihren Anlagen an die Aufsichtsbehörden zu melden. Das Bundesamt für Strahlenschutz veröffentlicht monatlich einen Bericht über diese meldepflichtigen Ereignisse. So kam man zu diesem schrecklichen Ergebnis. Fakt Nummer 2. Circa 7 betriebsfähige Reaktoren gibt es noch in Deutschland. In Frankreich sind es sogar noch 58 und die USA schlägt alle mit 99 betriebsfähigen Reaktoren. In Deutschland stehen diese in Philipsburg, Baden-Württemberg, Grunde, Niedersachsen, Grundreeming, Bayern, Rockdorf, Schleswig-Holstein, Wieser, Bayern, Emsland, Niedersachsen, Neckarwestheim, nochmal Baden-Württemberg. Alle sollen bis Ende 2022 abgeschaltet sein. Manche sogar schon früher. Doch da wäre auch noch Frankreich. Mindestens zwei der Kernkraftwerke stehen unmittelbar an der deutschen Grenze. Bei einem Unfall wären zweifellos weite Teile Deutschlands betroffen. Zudem sind viele dieser Kraftwerke marode. In manchen Städten in Deutschland wurden deshalb bereits Jodtabletten verteilt. Das ist wirklich beängstigend. Fakt Nummer 1. Atomkraftwerke besitzen kein Notaus. Das hat auch einen einfachen Grund. Denn selbst wenn man es schafft die Kettenreaktion zu stoppen, entsteht weiterhin Hitze, welcher bei fehlender Kühlung zu einer Kernschmelze führen kann. Und was dann passiert, wisst ihr ja bereits. Das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe es hat euch gefallen und ihr konntet was lernen. Deutschland ist mittlerweile schon so weit, dass Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Nachbarländern wie Frankreich muss noch verholfen werden. Als Alternative für Atomkraft verwenden wir leider die dreckige Kohlekraft. Wie gerade schon gesagt ist die leider auch umweltschädlich. Darum müssen wir dringend auf erneuerbare Energien umsteigen. Das war's dann schon wieder von mir und damit tschüss und auf Wiedersehen. Ach, und die Frage ob Atomkraft nun ein Fluch oder ein Segen ist, habe ich mit diesem Video glaube ich mehr als direkt beantwortet. Was sagt ihr dazu? Stimmt doch oben ab. Beide und die Frage immer noch mal ein, Bis zum nächsten Mal.